Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Gehirn-Jogging-Snack für zwischendurch. Eine ganz einfache Aufgabe, zumindest wenn man auf die richtige Idee kommt. Die Aufgabe sagt, man soll etwas in dieser Gleichung hier verschieben, sodass sie stimmt. Weil ihr seht schon, 4 minus 3 ist 1 und plus 2 nochmal macht also 3 und definitiv nicht 1. Also so stimmt die Gleichung nicht. Und man kann aber tatsächlich in dieser Gleichung etwas verschieben, sodass sie stimmt. Macht mal das Video auf Stopp und schaut mal, ob ihr herausfindet, was dieses Etwas ist. Ich gebe euch dann gleich zwei Tipps und ihr werdet sehen, so kommt ihr bestimmt, auch wenn ihr es nicht direkt auf Anhieb schafft, alleine auf die richtige Lösung. Tipp Nummer 1 ist, wir könnten ja eine Ziffer verschieben. So war das bisher immer bei diesen Aufgaben. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr zum Beispiel, dass die 3 keine Option zum Verschieben ist. Weil wenn ich die 3 da rausnehme, dann treffen sich hier Minus und Plus und das funktioniert immer nicht. In der Mathematik. Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, dass Etwas verschieben auch beinhalten würde, die 3 und die 1 zu verschieben. Sprich im Endeffekt einfach zu tauschen. Aber dieses Etwas ist natürlich Singular. Verschiebe etwas, aber nicht mehrere Dinge. Das Vertauschen ist also keine Option. Ja, und genau wie die 3 gerade, kann auch die 2 nicht verschoben werden, weil wenn ich die 2 rausnehme, habe ich da mit dem Plus das gleiche Problem, wie ich eben mit dem Minus hatte. Das kann alleine so nicht bleiben. Also, die 2 irgendwo hinzuschieben, zum Beispiel hinter die 1, ist keine Option. Die einzige Zahl, die man rausziehen könnte, wäre die 4. Weil das Minus vor der 3, naja, das könnte ja ein Rechenminus oder ein Vorzeichenminus sein. Das heißt, das könnte allein bleiben. Aber wohin mit der 4? Minus 3 plus 24 zum Beispiel ist ja auch nicht 1. Das heißt, ihr seht schon, egal was man ausprobiert, das Verschieben einer Ziffer ist nicht die Lösung. Es bleibt also eigentlich nichts anderes übrig, als die Rechenzeichen. Wie könnte man hier bei den Rechenzeichen etwas verschieben, sodass die Gleichung stimmt, ohne natürlich, dass man wieder tauscht? Die Lösung ist, dass man einfach einen Teil verschiebt von einem Rechenzeichen. Genauer gesagt, ein Teil vom Gleichheitszeichen. Wenn man das nämlich schnappt und hier rüber bewegt, zum Minus, dann macht man aus dem Gleichheitszeichen ein Minus und umgekehrt aus dem Minus ein Gleichheitszeichen. Und ihr seht, 4 ist tatsächlich dasselbe wie 3 plus 2 minus 1. Und das ist die Lösung des Gehirnjogging-Rätsels. Für sowas ähnliches, aber noch ein bisschen schwieriger, schaut mal hier rein. Das hat ganz viele Klicks bekommen, dieses Video, weil es einfach echt eine spannende Aufgabe ist und nicht so viele Leute die Lösung herausfinden. Ganz viel Spaß damit und bis bald. Ciao. 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 Ciao.